Das ist halt das Problem. Ja, haben wir ja schon richtig was geschafft heute. Ja, ich mein, guck dir mal Gronkh und so, die schaffen auch nicht mehr. Und das ist ja, nee, das Problem. Aber wir werden mal gucken. Ich bin optimistisch, dass wir hier noch was hinkriegen werden. Erstmal gehen wir jetzt zurück in den Free-Mode und dann kannst du dir mal ne Karre klauen. Ja, genau. Wir schießen noch ein bisschen. Scheiße Bauern. Ammionation Supplies. Ja, genau. Brauch es noch tiefer drauf. Brauch es noch weiter auf den Tisch. Alter, Meriwether Security Consulting. Ja, jetzt gehts los. Jetzt sind wir wieder da. Aber bitte lass den Spieler neben mir sein, bitte. Schade. Wir ziehen jetzt selbst los, oder was? Oh ja. Ja. Ja, genau, ja. Ich würde aber vorschlagen, wir machen bei dir mal eben die Kindersicherung an. Hä? Ja, wir machen bei dir mal eben kurz die Kindersicherung an. Einen Moment. Soll es sein? Ja, du wirst es schon sehen. Am Tag noch mal länger laden. Ja, muss aber sein. Tut mir leid. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir leider absolut nicht. I feel horrible. Das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Deswegen machen wir jetzt mal eben kurz die Kindersicherung bei Matthias an. Und dann können wir auch sofort weitermachen. So. Jetzt müssten wir eigentlich wieder unseren guten alten Michael sehen. So. Matthias, jetzt kannst du auch sofort dich frei austoben. Bitteschön. Was soll das jetzt sein? Ich habe mal eine Solo-Session gemacht, dann kannst du in aller Ruhe das Auto verkaufen, dich ausrüsten und auf eine nächste Mission warten und dich kann keiner killen. Ach so. Weil ich nämlich jetzt keinen Bock habe, wenn ich wieder tausend Idioten da killen auf der Map, habe ich nämlich schon gerade gesehen, da waren ja noch einige Spieler. Verliert man nämlich jedes Mal wieder ein bisschen was an Geld, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Weil ich mit dem anderen Charakter nämlich jetzt auf 800.000 spare, um mir mal eine geile Karre zu kaufen. Karre? Bäh. Bäh. Oh, ich werde angegriffen. Bitte warte, dein Dorf lädt sich automatisch. Ah, ich werde angegriffen. Nein. No, Mami. Ja, toll, jetzt ist das Auto aber weg, ne? Nein. Da ist der hinten geparkt. Eben stand es hier. Du siehst jemand auf Garte, wo es ist. Ja, da haben wir es nochmal umgeparkt. Eben stand es aber hier in der Schleife. Du brauchst das ja eh nicht lange. Also jetzt kurz für die Vorgehensweise. Ja, großartig. Hürdenläufer. Ich muss noch was testen. Mann, jetzt mach doch. Warte, 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 warte. Ich muss noch kurz was testen. Hab ich nämlich gesehen, oder? Ja, was denn? Man kann angeblich irgendwie so ganz dezent gegen die Wand spielen. Ja, wunderbar. Wieder fünf Minuten für den Arsch, weiter. Ja, irgendwo hab ich das gesehen, da hat einer gesagt, wenn man... Ja, kann man auch, aber das... Ja, aber nicht so. Das geht schon, natürlich, aber nicht so. Klatsch davon ist... Ja, das hab ich, das kann man auch, aber da muss es auch richtig machen. Ja. Ja, ich hab nur gelesen mit Sprinten, oder? Ja, jetzt geh einfach in das Auto rein und drück länger Select, danke. Ja, und jetzt gehst du quick GPS auf Mod Shop, bitte. Danke. So, fährst du da hin? Oh, nimm dir die Karte da hinten. Nimm dir den mal mit. Den hier? Ja. Nein, den dicken Stein im Hintergrund. Natürlich den. Erstmal noch reinfahren. Was ist das denn? Mazda MX-7, oder was? It's too further to Mod Shop. Stop. Ja, dann ob doch der Schieß auch mal. Warum sind die Karren alle so langsam? Die geht aber. Der fährt nicht schneller und nicht langsamer als die anderen auch. Nee, der fährt eindeutig langsamer als die du da eben hattest. Scheiß, ich hab verloren. Hat mir aber kaum was abgezogen, komischerweise. Leul, der hat mir nur 2000 Gold und 8000 von LX abgezogen hat. Damit kann ich ja nicht mehr weg. Naja, was denn Eisbiet. Nimmst du das gar nicht auf, wenn du angegriffen wirst? Nee, kann ich ja nicht. Ich kann aber die Wiederholung gerne nochmal abspielen. Aber ich kann das auf jeden Fall eigentlich ordentlich schnell im Endspeed. Das ist schon mal... Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist so voll langsam. Nee, das ist normal. Ich weiß ja nicht, was du... Alter, warum fährst du da jetzt vorbei? Willst du mich verarschen? Ey, angeblich ist... Ja, mach's nochmal schön kaputt. Schön nochmal den Verkaufspreis mindern. Genau, Matthias. So muss das sein. GTA Pro, wie er im Büro steht. Erst über den Speed meckern und dann verbuffern. Was ist falsch mit ihr jetzt? Jetzt fallen die richtige Garage rein. Mein Gott, dieser Junge echt. Was kann er da eigentlich? Nur meckern. Sell. Na, 4600. Ist okay. Jo. Jo. Dat. Ja. Das muss dann rausgehen mit... Da ist genau... Und jetzt... Ähm... Ruf dir einfach mal irgendein Ersatzauto kurz. Da, das, was jetzt kommt zum Beispiel... Ist egal, das brauchen wir jetzt ja nur kurzfristig. Und jetzt gehst du nochmal auf, äh... Warte erst, vielleicht will er dich noch geschlagen. Ja. Fahr, 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 fahr. Bis der weg ist da. Wenn die rot werden, dann... Ja, sind sie ein bisschen Algo. So, jetzt fahr mal... Jetzt drücken wir nochmal GPS und jetzt mach mal Ammunation. Ja. Und jetzt kannst du dann da mal gucken, dass wir da mal eben kurz... Ja, komm. Mal gucken, ob du da vielleicht eine Weste oder so kriegst. Na gut, die Karte ist jetzt schon deutlich langsamer als die eben. Aber... Die waren alle gleich schnell. Zumindest bei dem Online-Scheiß. Wie das letzte Mal schon gesagt. Da haben wir sogar diesen, äh... diesen, äh... diesen, äh... Komet, oder was ist denn der vor nicht schneller? Ja. 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 Keine Ahnung, hab ich ihn mit dem anderen Charakter noch nie beobachtet, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Anscheinend zu schnell für dich, ne? Ja. Na okay, gerade wo ich angegriffen wurde, hat der Typ echt ganz viele von diesen komischen Barbaren da eingesetzt. Ja. Mysteriös. Aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Puh, die Nage vom Feind ist in die Karte. Na, nicht so wie deine Mutter? Die liegt gut in der Kur. Ehehehehehe. Soooo. Da, das rote Gebäude. Genau, da ist es. Aber bitte nicht mein ganzes Geld verpassen, danke. Aber lass mich mal eben ein bisschen neben gucken, was wir da haben. Was wir überhaupt für uns kaufen können jetzt. Alter, die sind alle noch gesperrt. Nein, ab Rang 5 ist die offen erst. Schade. Müssen doch noch eine Mission so überstehen. Schade. Wir können nix machen, alles erst ab Level 5. Oh nein. Ja, wir sind ja schon Level 4, also von daher. Am besten jetzt eine Mission mal eben machen. Und dann können wir auch schon was kaufen. Du musst irgendwie, dass uns irgendwie keiner auch hier mal schreibt von diesen Leuten, die Missionen verteilen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ah, komm, warte. Ich hab ne Idee, was wir machen. Wir machen jetzt ein Rennen, weil man nämlich bei einem Rennen ja... Quasi keine Waffe braucht. Und auch wenn du da nicht gewinnst, kriegst du ja trotzdem diese Reputation Points. Dann kriegst du Level 5 und dann kannst du ne Waffe kaufen. Sooo... Das ist ein Bike Race. Ist ja egal. Nee. Ja, ey, willst du mit dem Fahrrad da rumdödeln oder was, ey? Was bist du denn für ein Öko, ey? Ohne Scheiß. Jetzt machen wir einfach irgendwas. Join random irgendwas hier. Hauptsache der Ochse kommt mal hier an den Start, ey. Das ledert sich hier wieder. Nein, led doch. Einigermaßen schnell wahrscheinlich. Ach man, lad doch, Junge, lad doch. Ja, Entspannung mal wieder hier nicht zu überbieten, aber... Sind wir im Himmel? Ist da schon der Himmel? Sieht der Himmel so aus? Mach hin, ey, das ist doch... Wollen wir voll auf den Sack gehen. Wenn du drei Stunden am Zocken bist und von drei Stunden ist mindestens eine Stunde irgendwelche Ladebildschirme. Ladebildschirme, baba. Ja, der sucht jetzt wahrscheinlich gerade irgendein Spiel, aber momentan irgendwie anscheinend noch vergebens. Ja, ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Ja, es hat sich wieder, ähm... Es hat ja nicht geladen. Kann ich jetzt auch nichts für, ähm... Ah, wir haben eine Mission, juhu, endlich. Eine Survival-Mission, top, die bringt immer gut Geld. Cool, dann machen wir jetzt natürlich noch. Die können wir jetzt... Oh, geil. So, dann... Ah, nein! Warum? Warum kann ich die nicht machen? Ach, nö. Ach, Mann, ey. Nie darf ich irgendwas zocken, ey. Oh, bitte bring mich nicht um, ey. Passiv-Modus an, so. Ach, Mann, wieso kann ich denn nie eine Mission mal joinen hier? Das gibt's doch gar nicht. Die ist doch alles scheiße. Das wäre so eine gute Survival-Mission gewesen. Aber nein, er wollte nicht. Nein, 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 nein. So, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt, würde ich mal sagen. Mh, 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 mh. Machen wir noch irgendein... Nehmen wir noch ein irgendein Mission-Material, würde ich mal sagen. So, einfach mal da rein. 1,15 Meilen. Nicht die Bauarbeiter überfahren. So. Und ab geht es in die... Ah, bitte den Ton aus. Dankeschön. Lieber Matthias. Das hier ist ruhig, Markus nur gewohnt. Quasi die... Quasi die Folgen, wo du bei Markus das, äh... Ja, das ist hier. Das in die Bude gelegt hast, da mit diesem Dispenser, das war... Das ist quasi, das kommt nach der Aufnahme von Markus. Quasi, das kommt danach. Ist das hier. Ja, genau, so. Und danach kommt meine Aufnahme, die dauert ein bisschen länger, die ist so ein bisschen, glaube ich, die ist zweieinhalb Stunden, glaube ich. Was ist das hier? Was hast du da denn gemacht? Bring dich durch Verfahren jetzt, ne? Das ist das, was ich das bei mir getestet habe. Das ist bei mir in meinen anderen Weltkartest, das kann weg. Ach man! Was ist das? Das ist noch... Ah, das startet a gang attack! Willst du deinen Troll noch sehen, wo du mich würdest? Ja, weil ich das selber auf... weil ich das ja auch nur selber auf Video habe. Dann ist egal, ne? So. Das ist... Mal abgesehen davon, dass ich auch schon längst... Das ist die richtige, so. Und die beiden. Ja, ist das denn die, die auch am Ende dann... Die von gestern quasi noch? Die von gestern ist die andere, oder? Das ist die von gestern. Kann ich dir nicht irgendwen mal anrufen, dass er mir noch einen Job macht? Wenn er einen Job gibt hier? Simeon! Ne, guten alten. Ruf er jetzt mal an. Die beiden sind jetzt doch die richtige. Aber man hat 47.27. Ach man, wie so hat denn keiner einen Job? So scheiße. Ich will einfach nur mal ein bisschen... Das sind jetzt die... 54 Minuten, sollte ich einfach mal 2 mal 30 oder wie? 4 mal 20. Was, welche ist denn 4 mal 30? Die, die als nächstes kommen müsste. Ja, dann machst du da... Teil zu den zwei Teile, genau. So, gucken wir überfallen jetzt mal einen Laden, würde ich mal sagen. Mal ein bisschen an Monetas kommen. Wie soll ich das jetzt nennen? 52 ist das. Folge 52. 52, so. Ich will jetzt eine Ladung überfallen, damit ich endlich mal Level 5 komme, hier mit diesem Kackcharakter. Mann, 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 Mann. Das dann... Ah, da ist das. Okay, an der Tankstelle. Okay. Da... Passivmodisch aus. Du, 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 du. Wir schlendern jetzt mal eben ganz cool mit unserer Joggingbuchse hier rein. Gibt mir dein Geld, gibt mir dein Geld, gib mir dein Geld, gib mir dein Geld! Halt die Fresse. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Herr, mach doch einen, verrender doch einen. Wo ist denn jetzt das Problem? Der Russiker war jetzt fertig, ne? Weiß ich nicht, ich kann nicht in deine Aufnahmen reingucken. Füllt und Energie her. Go, 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 go! Gib mir die Kohle, gib mir die Kohle, gib mir die Kohle, gib mir die Kohle, gib mir die Kohle! Hoffentlich erschießt er mich jetzt nicht noch. Jetzt schnell! Ja, klar, der tilt auf mich, ist klar. Ist klar, Freundchen, ey, ist klar. So, zwei Sterne! Abflug, Mami! Stecke ich mich jetzt mal unter der Brücke hier, oder wo? Wo versteckt man sich denn als guter Dieb am besten? Alter, was geht da denn ab? Left, 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 left. Gut! Irgendwas stimmt doch hier auch schon wieder nicht. Ich sehe überhaupt keine Bullen auf der Karte. Hä? Ach, nö, Saving failed. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ey, Rockstar, bitte, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ohne Witz, ey. Dass man nicht einmal spielen kann, ohne Witz, ohne dass hier alles ineinander bricht. Ja, jetzt ist er wieder. Kann ich quasi wieder in den Story-Modus zurückgehen, oder was? Jetzt bin ich wieder da? Ach, Leute, ey. Was ist denn nur los mit diesem Spiel? Die Hunter 4 habe ich noch, das muss ich noch hochladen. Die Hunter! Ja, das war ja auch wahrscheinlich wieder eine von deinen glorreichen Ideen, das auch noch zusätzlich als Let's Play zu machen. Nein, mach das aus! Ah, bis zu euch hin. Weil du machst extra auch den Ton wieder an. Ich muss das gucken. Ich muss das gucken. Ich bin blöd. Das, 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 das muss ich noch hochladen, das kann ich ja morgen machen. Ich will doch einfach nur mal eine Mission machen, ey. Oder mal wenigstens, dass er den Bankraub mal speichert. Was ist denn das noch? 1,37 Euro. Was ist denn das noch? Die werden noch hochladen.